Für die Segelschulen und den übrigen Tourismus ist es eine Katastrophe, vor allem aber für die panonische Landwirtschaft. Ein Austrocknen des Neusiedlersees, wie zuletzt 1868, scheint schon bald wieder möglich. Der Wasserstand liegt schon das ganze Jahr sowohl deutlich unter dem langjährigen Mittelwert, als auch bereits 20 Zentimeter unter dem ohnehin schon schwierigen Vorjahr. Und seit einem Monat sinkt der Pegelstand wieder kontinuierlich, liegt nur mehr 4 Zentimeter über dem Tiefstwert seit Aufzeichnungsbeginn. Dürre und Hitze, wie sie in der kommenden Woche wieder erwartet werden, bergen zusätzliche Gefahren. Zuletzt hat es wieder öfters Schilfbrände gegeben. Die burgenländische Landesregierung will nun mit mehreren Projekten den See retten. Eine neue Idee ist Sediment, also Schlamm, groß angelegt aus dem See zu holen und dem Schilfwildwuchs Herr zu werden. Mit der Entnahme des Sediments wird die Wassersäule erhöht, vor allem in den Buchtbereichen. Und auch durch das Schilfmanagement entsteht dann die Möglichkeit, dass eben die Sedimentationsbildung nicht so groß wird, sondern dass es eine aktive Verwertung des Schilfs geben wird. Zum Monatsbeginn ist eine eigene Seemanagement GmbH gegründet worden, um die Region, die seit 20 Jahren zum UNESCO-Welterbe gehört, zu erhalten, beziehungsweise nachhaltig weiterzuentwickeln. Der zuständige Landesrat Heinrich Dorner schaut dabei täglich auf die Pegelstände, erzählte er im Kuriertalk vor wenigen Wochen. Aber nicht nur. Wir haben auch ein Grundwasserthema, das in weiterer Folge auch das Naturjuwel Nationalpark betrifft, die Salzlaken, was auch die Landwirtschaft betrifft. Weil es letzten Endes auch, was die Bewirtschaftung und die Bewässerung anbelangt, auch ein Thema ist und noch viel konkreter wird, wenn wir keine Maßnahmen setzen. Dazu gehören an den Klimawandel angepasste Nutzpflanzen und wassersparende Bewässerung und trotzdem auch den See zu erhalten. Bereits länger geplant ist, da eine Zuleitung aus der Mojondonau auf der ungarischen Seite des Neusiedlersees. Expertinnen und Experten zweifeln allerdings an der Sinnhaftigkeit, da der Pegelstand so auch nur um 10 Zentimeter angehoben werden könnte, die eine ordentliche Hitzewelle gleich wieder verdunsten lassen würde. Außerdem sind die Gespräche mit der ungarischen Regierung dazu ins Stocken geraten. Eine ständige Rücksprache gibt es natürlich auf Expertenhebe mit der Gewässeraufsicht auf burgenländischer sowohl, aber auch auf ungarischer Seite. Wir wollen jetzt aber auch ein politisches Gespräch dementsprechend führen, damit wir dieses Projekt auch vorantreiben können. Womöglich fehlt Ungarn schlicht das Geld. Und auch das Zutrauen, dass den See noch irgendetwas retten kann. Das umstrittene Megaprojekt Fertorakos mit Hotels, Sportplätzen und Wasserpark ist zwar noch nicht auf Sand gesetzt, aber zumindest auf Eis gelegt worden berichten ungarische Medien am Wochenende. Immer wieder in der Geschichte ist der Neusiedlersee ausgetrocknet, zuletzt also vor etwa 150 Jahren. Auf Dauer geschadet hat das nicht. Einige Umweltschützer würden der Natur daher am liebsten ihren Lauf lassen. Der Landesrat aber ganz bestimmt nicht. Ich denke, man kann hier nicht Situationen von vor 100 Jahren mit dem Jetztstand vergleichen. Wir haben einen hohen Tourismusfaktor in dieser Region, der Neusiedlersee, und die Region lebt vom Tourismus. Das darf man und soll man aus meiner Sicht nicht wegwischen. Zum einen. Zum anderen haben sich auch die Situationen rund um ausgetrockneten Seen anders dargestellt, als man sich das vielleicht früher vorstellen konnte. Es ist, um es vielleicht auch salopp und vereinfacht darzustellen, gar nicht so ohne diesen See ausgetrocknen zu lassen. Und so wie die kommende Hitzewelle dem Pegel wohl wieder zusetzen wird, können kräftige Regenfälle ihn auch ganz schnell wieder steigen lassen, so Dorner. Für diesen Sommer noch eine Entwarnung. Baden im Neusiedlersee, das geht noch. Man muss allerdings weiter hinaus in den See, um auch schwimmen zu können.